Alle sprechen von BIM. Und tatsächlich verspricht die vernetzte digitale Planung in 3D Effizienz und Exzellenz rundum. Doch zwischen Theorie und Praxis klafft häufig noch eine gewaltige Lücke. Wir bei Geberit schließen diese Lücke mit BIM-NAU. Nicht irgendwann und irgendwie, sondern ganz konkret jetzt. Die komplette Geberit-Artikelwelt für ihre Planungssoftware nach länder- und marktspezifischen Normen. Mit reduzierten praktischen Datenmodellen und umfassenden Metainformationen, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. Natürlich in international verwendeten Standardformaten. So, dass unsere Daten system- und softwareunabhängig gut handelbar sind. Mit dem Geberit-Plugin für Autodesk Revit erhalten Sie schnellen Zugriff auf alle Geberit-Produkte. So haben Sie alles Wesentliche kompakt zur Hand. Vom vereinfachten Modell bis hin zu allen relevanten Daten am Ende der Planung. Auf Wunsch auch herstellerneutral. Die fertige Planung steht jetzt zur Verfügung für die virtuelle Kollisionsprüfung auf der realen Baustelle. Geberit macht sich stark für die Planung in BIM. Theoretisch und praktisch. Einfache und standardisierte Daten. Sinnvolle Normierung wie durch Building Smart oder der intensive Austausch mit Forschung und Wirtschaft. Wir sind dran. Die Zukunft findet täglich statt. BIM. NAH.